hallo und herzlich willkommen bei Rekord Gamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und habe heute folgendes Spiel Real Boxing 2 ich habe es noch nie gespielt deswegen ein neues Spiel für mich da bin ich mal gespannt so Ich muss mal die Steuerung einmachen. Das ist bestimmt nach links und rechts. Und das ist dann irgendwie immer schlagen. Denke ich mir mal. Ich denke ich buchse gerade. Hälter Schlagen. Hälter Schlagen. Oh, Indonesien geht auch. Hälter Schlagen. Hälter Schlagen. Hälter Schlagen. Was ist jetzt los? Hälter Schlagen. Hälter Schlagen. Hälter Schlagen. Ich glaube das Spiel geht noch nicht richtig auf den Emulator. Hälter Schlagen. Hälter Schlagen. Hälter Schlagen. Hälter Schlagen. Hälter Schlagen. Hälter Schlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich denke es ist wieder alles schwarz Oder sehen wir jetzt doch was? ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Oh, gewonnen! Habt ihr das gesehen? Wie ich den ausgenockt habe? Wow! Wir halten jetzt wieder ein Video angucken Oh, wie ich den ausgenockt habe? Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, okay. Links, rechts. Ah, hoch. So spät. Weiße Hand. So spät. 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 Okay. 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 Ah, gott das hin. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das hat Spaß gemacht. Leider sehe ich nichts von dem Ganzen. Ach, falsche Hand. Okay. 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 Ich geh noch die mal machen, aber die ist ein bisschen schwer mit der Maus, also da spielt das nichts für den Emulator. Okay. Na gut, leider sehe ich nichts, ich würde mal sagen, ich fülle jetzt sicher auf, weil bringt nichts, oder nicht wirklich etwas, das Spiel bei mir hier, naja, scheint aber witzig zu sein. Erst kommt Amerika dran, dann auch Europa, dann Asien, Australien, dann Südamerika. Gut, ich werde mal sagen, das war's für heute, ich hoffe, ihr konntet da irgendwas sehen, außer einem schwarzen Monitor, wie ich, dann Dankeschön fürs Zuschauen, ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.